Jetzt ist es rum um Sack, oder? Nein, es ist glaube ich wirklich vorbei. Jetzt habe ich tatsächlich gröber Probleme. Wieso? Ich habe ein Diabier an mir dran. Irgendwas wird gleich sterben, entweder ich, oder die Kugel, oder beide. 10 auf beide. Hältst du gegen, Zero, oder gehst du mit? Ich erhöhe. Okay. Halte ich. Halte ich definitiv. Oh Gott. Du, wie viele große Aufzugsplattformen. Wenn das Vieh nie immer alle fünf Meter kacken würde. Da ist noch eine Schnecke. Ah. Oh, Masse gehabt. Ihr habt den Kano abgelenkt durch einen Dings. Sehr gut. Klauvögel gibt's hier wie die Seuche, ey. Im Zweifelsfall, hier wäre noch eine blaue Kugel. Keine Ahnung welches Level. Ich hab ähm... Thronen am Arsch. Alles Dröhnchen oder was? Hat euch schon mal jemand einen Aufzug gebaut? Nö. Wer hat was gebaut? Hat von euch jemand schon mal einen Aufzug gebaut? Äh... Ne, nicht wirklich. Ne, ein Teleporter war das, ne? Ja. Also einen Aufzug hab ich auch schon mal versucht zu bauen. Ähm... Ist aber irgendwie nicht so ganz funktioniert. Also... Die Funktionsweise ist mir nicht so ganz bekannt. Oh, wenn das Vieh nicht ständig kacken würde, ey. Wer ist auch 10. Ne, der hat durch falsche Ernährung Durchfall. Das ist das Problem. Ja. Was hast denn du für ein Level? Achtzig. Achtzig klingt ja eigentlich schon mal nicht verkehrt. Ich glaub ich könnte dich betreiben. Ja. Bleibst du stehen. Ach, scheiße. Was ist das jetzt? Ähm... Ach kommts, Leute. Nein. Ich mach da nicht mit. Das hab ich euch grade eben schon versucht zu erzählen. Ah, shit. Zapp, 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 zapp. Und dann... Arma! Yo! Stein sollte man schreiben können. Ich geh mal hier rein. So. Ich denk die ganze Zeit da draußen liegt Zement vor der Tür. Hallo Schnecke. Na wie geht's dir? Alles fit? Freut mich. Ei, ei, ei. Da kannst du halt nix von dem Zeug. Oh ne. Ha. Ha? Ha. Ha. Der Bogen ist schon wieder einmal. Ach ja, was braucht eigentlich der Anglüloch? Weil ich würd mal gucken, ob ich irgendwo einen finde. Gemüse. Achso, ähm. Kann ich dir grad nicht sagen. Ja, ich mach mal noch was von dem Kibbel und dann... Guck mal. So, geh heile. Sehr gut. Dankeschön. Wo? So, das ultimative Kibbel. Wo ist denn das jetzt hier? Hier. Oder? Ne. Wo? Hm. Oh? Oh. Äh. Äh. Äh? Oh? Oh. 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 willst du was ist jetzt konzept okay ist ja was mich das gerade erinnert hat ja ja musste ich aber auch schon denken geht das licht draußen gerade an oder aus ja geht aus ich brauch gerade mal kurzhilfe natürlich ich möchte den aufzug darunter bauen ich möchte mich mal dran probieren das einzige was ich gerade fragen muss ich brauche hier so ein holzsteg wie heißt das das herstellen kann also hier welches sind aber da hier geht es nämlich gerade runter ja danke jetzt passiert was auf jeden fall eine plattform ja ja was machst du machst du eine foundation und machst da dann drei wie heißt das dächer drauf was dächer ja also ich mache jetzt erstmal ein holzfundament ja macht man holzfundament halt zum beispiel sie ist fleißig ich machen holzkunden so genau kannst du hier so und wir sind was denn was der heck leute das kacke auf dem sattel ja weil das viel scheiß wie blöd und das stabelt zwischen zwischen also wir hätten zumindest einen richtig geilen kacke lieferanten mit dem vieh ja das definitiv ach gott ich habe noch meine mütze auf ich könnte hier dran bauen aber irgendwie steht alles hier im weg wie ist jetzt einfach so und da baue ich jetzt baustür der schon dran da baustür ich ja dran ok so eigentlich dächer weil das halt plattform sind ach so du meinst den holzboden ok jetzt verstehe ich es ja holzboden das zählt das ne die flachen die ausschauen wie fußboden aber das zählt halt als jetzt ja ich holzdecke holzdecke genau ok dann müsstest du bis zu drei stück dran bauen können so jetzt wird es spannend Und jetzt kannst du das so hinbauen eigentlich, wie du lustig bist, wo du das hin brauchst. Ich glaube, so weit muss ich noch nicht. Gut, dann. Du wirst wahrscheinlich da unten die Steine wegmachen müssen, oder kannst du dir die Kugel mitnehmen. Kügelchen. Ich nenne es jetzt Kügelchen. Oh je, allem was du in Namen gibst, habe ich irgendwie noch so schlechte Erinnerungen, ging dann tot. Kü-gel-chen. So. Magst du ein Fallschirm? Ich kümmere mich jetzt um ein anderes Großprojekt hier. Ich spier's mal. Huch. Warte mal. Scheiße. Weil das ist dringend nötig. Na, Sarah. Ich hab nämlich noch Fallschirme gemacht. Ich geh mal runter. Hui. Warte mal, was brauchen wir eigentlich dafür? Mir kalt. Super. Ähm. Oh, das können wir sogar herstellen. Ich muss nur gucken, dass ich da passend rankomme. Hä? Ähm. So. Ja, läuft nicht los. Ja. Da. Amo nehme ich noch Folgendes. Äh. Ne. Äh. Äh. Nää. 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 Tja. Tja... Hätte ich jetzt gern mal... ...wenn das du mitmachst. Yo. Haben wir kein Stroh und kein Holz mehr? Super! Arschlochlauch! So. Ich geb's gleich zurück. Ähm... Ich hab Kampfmusik. Ich auch. Mich hat grad gerade umgebracht, vielleicht deswegen... Das könnte sein, ja. Oh, das brauch ich nicht. Haben wir kein Stroh mehr? Doch! Mein Gott, ich hatte es im Inventar. Das habe ich jetzt aber auch schon grad dreimal gesagt, meine Güte. So, ähm... Es ist nur grad so dunkel, dass ich den Aufzugschacht nicht sehe. Oder siehst du was? Äh... Ganz stumpf, aber ganz ehrlich. Äh... Ja doch, ich seh... Boah, bitte fall nicht runter. Ich seh was, ja. Hm... Wenn das der Aufzugschacht ist. Ähm... Jawus, haben wir den schon wieder. Okay. Ähm... Nehmen wir von denen. Oh. Okay. Könnten wir nicht eigentlich sogar schon ein bisschen Dünger herstellen? Weil irgendwie an Kacke mangelt es uns grad auch nicht? Nö. Äh... Was brauchen wir denn dafür? Oder magst du das grad mal herstellen, so einen Kacke-Sammler? Also so... Komposter. Und hier hinten hinstellen. Wenn wir die schon mal die Kacke sammeln. Äh... Aber da haben wir keinen Sprit dafür. Bei denen. Ne, ne. Äh... Der Oldschool-S-Plus-Komposter. Achso, Komposter. Ja. Und kann ich zwischendurch schon mal Kacke sammeln. Ähm... Komposter... Äh... Äh... Warum? Was, warum? Ich muss jetzt glaube ich nicht verstehen. Da ist ein Komposter. Da ist ein Komposter. Neben dir. Ja. Sekunde. Ich schmier mir grad die Lippe ein, bevor es wieder blutig wird hier. Ah. Das ist... Das ist ne gute Idee, ja. Zack. 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 Ach du Scheiße. Hm? Zack. Zack. Hä? Okay. Warte. Warte. Ist äh... Irgendwo noch Stroh? Da müsste eigentlich Stroh da sein. Nee, ich dachte, ihr nehmt einen Dino, den wir da haben. Schaut doch schick aus. Dann haben wir noch Stroh. Dann haben wir noch Stroh. So. Ähm... Aufregeln. So. Und... So. Ein bisschen Kacke. Kügelchen, ey. Du... Du bist da echt fleißig. Ich seh das schon. Stets motiviert. Ah. Wie war das? Hat er sich stets bemüht, ne? Ja. Äh. Wie war das? Hat er sich stets bemüht, ne? Ist das schon mal weg? Aber das ist ein... Ne, das ist schon ein S-Plus-Komposter. Ich dachte, der hätte irgendwie mal mehr Platz. Oder spinne ich jetzt? Ne, das ist ein 2.0-Komposter, ne? Was? 2.0-Komposter. Da war der mit dem extrem viel Platz. Äh. Jo. Aber da brauchen wir wahrscheinlich wieder einen Fabrikator. Ähm. Ah. Ich seh, du versuchst dich an einer Mauer. Ja. Weißt schon, dass die schief ist, oder? Ja, weil sich's nicht anders lösen lässt. Ja, da brauchen wir die Smithy 2.0. Da kannst du jetzt herstellen. Ich seh dich, Sarah. Mhm. Kann man was helfen? Oh. Hi. Was bist du denn? Äh, Sarah, da schwimmt grad irgendwas aus dem Wasser raus. Das hat mich auch eben getötet, deswegen bin ich grad auf dem Hälsen. Hier ist ein 520er Troton in der Holzbarrikade drinnen. Hä? Hä? Was traut du denn nicht? Warte mal. In welcher Holzbarrikade? Äh, hier. Ähm. Kommst du von der Seite her? Kommst du hoch? Siehst du? Lol. Ja. Ich reite ein bisschen rum. Dann könnte man... Ich weiß nicht, ob der irgendwie nützlich ist für irgendwas. So, Headshot. Ob der brauchbar ist. Jetzt hab ich wieder meine Ruhe. Ähm. So. Was kann der bestimmt, der Troton? Ich kann mal schnell nachschauen. Na, gucken wir mal nach. Ob, 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 ob der was kann. Worum er's kann. Wo haben wir den Troton? Trot... Hä? Ich verwundere das irgendwie mehr, dass der keinen Schaden nimmt. Ach so. Da ist der Troton. Ähm. Der ist nicht 10 bar. Hm? Nee. Offensichtlich nicht. Was? Hm? Hm? Ich kann jetzt selber mal nachgehen. Was? Oder? Ja? Also, das zeigt mir ja nichts an bei... Beim Zähmen. Und das er halt bloß, äh... Fleisch und... Leder fällen lässt. Hi. Okay, das hätten wir schon. Oh. Wir müssen dann da erstmal einfach stecken lassen, weil ich mein, aktuell tut er ja nix. Äh, ja, ich, äh... Ist halt auch sehr interessant, dass er halt keinen Schaden nimmt, ne? Weißt du eigentlich jetzt, ob der friedlich ist? Der ist nicht... Der ist nicht friedlich. Okay. Okay. Guck. Haaa. Also, das hätte ich schon... Ähm, ich brauch deine Unterstützung. Was kann ich für dich tun? Okay. Ich... ...brauche... Aufzugschächte. Okay, der droht und rennt weg. Okay. Das passt doch. Aufzugsschächte? Wie viele brauchst du denn? Keine Ahnung, ne? Also, ich habe jetzt hier unten 5 gestellt. Also, ich bräuchte eigentlich bestimmt noch mal 10 Stück. Okay. Aufzugsschächte. Und einer... Da mach ich mir gleich schon mal Gedanken. Ich will erstmal den aufstellen. Gucken ob das funktioniert. Warte, warte, warte. Das Problem ist, die Plattform steht nicht ganz unten auf dem Boden. Man müsste hier unten eigentlich noch eine Treppe mit einem Fundament irgendwie hin machen. Ey, das ist ja unsere kleinste Sorge jetzt dann. Ja. So. Ob nur, dass du von den Maßen her... Warte mal. Ich crafte. Nix ist gleich. Jaja. Mein Problem ist halt nur, ich komme von hier unten an das Zeug oben nicht dran. Ui. Wuch. Ich stelle jetzt mal so 20 Stück her, ich denke das sollte reichen. Weil es sieht schon extrem hoch aus, also... ... 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